oh wow ich hab nur noch fünf leaves von was ja von diesen mega bäumen du kannst doch ach so wegen jetzt machen wir mal schnell deine clay farm genau bau das jetzt mal alles bitte ab das brauchst du nicht so du hast hier ein hopper das ist sehr gut hier hast du auch ein das ist noch besser du hast noch hopper im inventar ach im dings und kisten brauchst du ich setze jetzt hier die kiste hin da mache ich dir alles rein und dann leite ich dich an okay das das und das so du nützt ja stell die kiste mal bitte eine kiste hier hinstellen ja genau hier so ans eck von der anderen kiste dass du das die halt ja geht auch so jetzt machst du hier an die seite einen hopper ran jetzt hier oben drauf den crucible so jetzt hier oben drauf ein hopper und da oben drauf eine kiste so jetzt machst du hier ein hopper dran an die seite hier an den crucible ja und da drauf einen hopper ach ne kiste entschuldigung so und das war es eigentlich schon jetzt kommen hier oben die äh na ich bin zu schnell meine fresse hier oben die leaves rein oder saplings oder halt alles was ich bin zu schnell was man zu wasser machen kann und hier der dust ok und du kannst das auch noch verdoppeln indem du das jetzt ich lauf über 4chance cubes das war falsch so machst und wenn du willst ich bring dir gleich mal ein bisschen dust vorbei meine maschinen haben ja mehr als genug von dem scheiß drin dachte ich zumindest mal warum alles klar wo das ist doch angeschalten warum ich brauche auch wieder compressed hammer sehe ich gerade deswegen ist das so lahmarschig bei mir hier habe ich noch drei compressed dust die mache ich dir schnell kleiner sind 27 sind 31 ja noch compressed sand drin warum das auch immer so und ich brauche einen hammer den crafte ich mir bei dir soll ich tu die leaves schon mal rein kannst du schon machen der kann ruhig schon wasser herstellen das ist alles kein problem ja und du hast sogar noch einen diahammer 1 2 3 1 2 3 hast du noch einen da haben wir da war er broke hier ist der erste dust hä ich habe doch gerade sand gehämmert warum nee du hast das doch mit der axt abgebaut echt ja du hast die axt benutzt ok dann war das meine schuld ach du hast doch hier noch nee warte mal ich will ein bild aus wand haben kein hammer so ja ja das reicht dann oder ja ja warte da kommt noch oh ich muss essen ich habe eier schön das ist eine menge dust ja hä warum geht das alles so sch- achso durch die hopper unten ja ja und hier kommt nochmal 60 dust ja ich muss wieder eier essen so und wenn du leaves brauchst wenn du mir versprichst dass du meine bäume immer wieder anpflanzen tust kannst du dir auch bei mir hier leaves holen ah ich habe genug leaves ok ok äh ich gucke gerade saplings weil irgendwas ich man zur erde kann man auch eier und alles machen jetzt ist die frage was kann man noch zu wasser alles machen ach ne das war's halt schon mal wasser gucken ok jede art von leaves kannst du zu wasser machen und fast alles von Pems Harvestkraft an essen ok fast alles weißt du was ich habe 5800 emeralds ich kaufe dir jetzt einfach mal ein paar leaves bei meinem shop heini so alter gib mir leaves ähm was bezahl ich doch mit dings oder ja ja äh allöchen das da oh maua ich bin wörr 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 wir kommen auch gleich und dann öffnen wir Charts Cubes jup ich hab über 100 stück dabei ich hab 85 also Melvin was ich dir jetzt hier noch schenke das ist nicht mehr lustig ja ja wörr 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 wenn ich da rein haue so viel emeralds hab ich ausgegeben ja schön ein sapling ein emerald du weißt bescheid ne hab ich jetzt schulden ja ich geh jetzt wieder ins äh das ist ja nicht das deep dark wie hieß denn das ist das beneath hieß das bei dem deep dark habt ihr doch bestimmt im infochannel gesehen wie es bei uns da aussah ja ungefähr so ist das deep dark auch obwohl ich das freigegeben hab auch in den konfis ist das irgendwie verpackt also nicht gewollt ok ganz viele wölfe mit goggles ganz fliegen fliegende hexen ich habe falsch geantwortet wow die wölfe sind zu dings geworden das ist auch sowas wie ein schadenscube warum kriegst du schaden jetzt guck ich mal ob der scanner bei den dingern der funktioniert auch da hier kommt was gutes raus willst du auch eins öffnen melvin melvin wie öffnet man das melvin das findet sich von alleine du musst es halt nur setzen wenn du dann hier bist gebe ich dir eine ja ich versuche heute heil zu machen du weißt schon dass passiert nichts wenn das hier was explodierendes rauskommen sollte wo ist mein grab dort was steht da du sagst wieviel chance types hattest du dabei 64 gut kriegst du gleich ich hab keine geöffnet nee ich muss erst einmal hier oh meine sachen für dich eine kiste herstellen ja diese kackexe äh kies dich ey melvin ich hab schlapfen denn schlapfen nicht schlapfen komm mit dem schlapfen dann melvin ich hab dir da so eine schöne disco kugel mit reingemacht alles klar melvin guck mal her nein doch bitte komm mal her ich hab keine eier mehr warum oh die hab ich noch im inventar was kriegst du gleich guck mal geh mal deine beschäftigten nach auf was besseres zu tun mit Tarots oh ja ich öffne ähm Demonically mit Water wow ich öffne die kugel it's all rotten hä und ich hab Gries rausbekommen ernsthaft hä Herobrine joint the game oh herr chirox charox nach oben man das war meins arsch hab wir hier drin fokstier ey ich hab nur einen halben shirt Ich muss hier erst einmal alles reinpacken, was ich bekommen habe. Ich muss mich jetzt erst mal Gipfeln ernähren. Ne, hier in der Kiste habe ich deine Eier reingemacht. Ja, meine Eier. Ja, und noch Haufen Zeug, was ich aus den Diskokugeln gekriegt habe. Oh, hab ich ein Schild. Nein, lass nochmal da drin, Mann! Ist da überhaupt Schaden, der Arsch? Nein. Ich lock ihn in die Lava. Doch, der kriegt Schaden, 1% bei 3 Heben. Hier ist fucking Höhe. Oh nein, wie der so komische tut. Hat mich infiziert. Ich hab halt immer noch die Elytra im Inventar. Der ist schlau. Das ist... Oh! Ich glaub ich nicht. Oh nein, nicht schon wieder! Was macht ihr denn? Oh, Herobrine ist weg. Herobrine ist wieder weg. Das war eine schöne Zeit. Okay. Oh! Dreck mich weg. Hier Melvin, mach mal auf! Okay! Wait for it? Für was? Einfach warten! Einfach warten! Das hatte ich eben auch. Okay. Warte, warte! Den mach ich auf! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ernsthaft! Jerry! Kann's gern aufmachen! Oh! Ein Compressed Jab! Oh mein Gott! Hehe! Mach auf! Ich kann die doch vorher scannen und gucken, ob die gut sind! Okay! XP! Danke! Danke! Nein! Och Mann! Ich geh jetzt woanders hin. Ne, warte ich... Wir... Lass uns mal zusammen bleiben! Du hast nämlich das Problem... Du hast keinen Scanner! Egal! Okay! Auch ohne Scanner bin ich gut dran! Da! Oh! Ich kann ein random item selecten, weil... Oh! Ein Eisenschwer! Ja, gib mit doch! Schon wieder Wolle! Ernsthaft? Ey! Dieses Kackvieh! Ich bin wieder fast getötet! Ja, warum? Warum lässt du dich töten? Ich werde mal was ausprobieren! Hm! Macht gar keinen Schaden! Oh! 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 Mann hat mir Herzen abgezogen! Ich hab ne Kieschen! Was kann du bekommen? Ich hab nen Schwarm! Ach so, Hero Prime! Brauchst du Wasser? Bitte sehr, ich wässere dich jetzt! Ich kann das... Mann, das sieht doch jetzt nicht wie ein Haustier! Das ist ne Toppflanze! Hero Prime ist ne Toppflanze! Zwei... Eins... Mann, 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 Mann... 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 Was passiert jetzt? Schneemann! Ich baue hier viel Schneemann! Wow! Hier sind die Blöcke! Och Mann! Hallo! Ich habe Melvin gefunden. Was war das? Ich habe Melvin gefunden. Was ist das für ein hässliches... Oh, die Karte ist beleidigt. Oh Mann, Melvin fliegt doch nicht so rum. Warum heißt er verdammt nochmal Melvin Slayer? Melvin, 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 bringst du mal bitte aus meinem ME Holz... Bis spät. Ich bin schon wieder ein Dieb, ja. Hast du Kisten? Doch, du musst es... Ernsthaft? Ey, dein Magnet. Er nervt. Das ist schweizig. In jedem Projekt ist das so. Das ist so nervig. Warte, Melvin, ich mache es hier wieder alles rein. Geh ein Stück zur Seite, so. Ah, Melvin, guck mal, ich bin mal hier rein. Okay. Das ist fucking Feuer. Natürlich bin ich am Feuer. Oh, der Sensenmann. Oh, der Wolf, den spawn ich in meiner Kirche und obfache ihn. Ja, bitteschön, das habe ich geguckt gehabt. Ich verbrände erstmal hier die Sachen. Ich muss erstmal die Folge hier beenden. Aber ich habe ein schönes Handtale von Melvin und so einer Disco-Kugel gemacht. Ja. Wer ist eine Rockstar-Dance-Unsacht-Unsacht-Unsacht-Unsacht-Unsacht-Unsacht-Unsacht. Vielen Dank.